Laute Kreuze Hier oben Jesus Eine Decke Bilder Hier hinten ist eine Tür What? Aufheben Guck gerade noch so ein bisschen Wird's hier durchkrabbeln oder was? Ah ja Ah haha Okay, mit dem Hammer können wir da auch ein bisschen wegziehen Ja, ich weiß ja nicht Hier auch wieder ein großes Kreuz Also ich kann vollkommen verstehen, warum der Typ so psychisch am Ende ist, wenn er in so einem Haus leben muss Und hier geht's wieder nach oben Interagieren Was läuft denn da aus? Ach, hier ist einfach nur Wasser Hier geht's aber auch nicht weiter Guck, ob hier irgendwie was zwischen dem Holz liegt Wer weiß Die letzte Matroschka vielleicht, die uns fehlt Oder eine Audio-Kassette oder so Auf nach oben Ah endlich mal wieder ein Gratis-Bad hier, eine Gratis-Dusche Nice Da kann man das Licht ausmachen, ein bisschen sparen Wo gehen wir denn jetzt hier schon wieder hin? Was ist denn das? Okay, jetzt sind wir hier oben beim Bei Jesus Bleibst du hier oben? Oben bei Jesus sind wir jetzt Wo sind wir überhaupt reingegangen? Es macht mich so fertig Ich komme auf gar nichts mehr klar Kommen wir hier her? Ich weiß es nicht, ne Da können wir auf jeden Fall runterfallen, glaube ich Deswegen muss ich aufpassen Ich glaube, das ist dann der Ausweg Hier kommen wir her So, dann kurbel ich einfach mal, oder wie? Und der stieg hinauf In den Himmel Seine Beine fehlen, oder? Wir haben den Hebel hier gelassen Okay Was das smart war Die ganze Atmosphäre, alles Die Texturen Das ist so gut gemacht Das Messer Hier ist das Messer Und es ist ein Küchenmesser Theorie Dolores und ihr Ich nehme mal an Ehemann Hat man ja schon mitbekommen Die sind vielleicht nicht so So gut drauf Jetzt mehr Mit der Zeit Sie sagt ja schon so Ja, beim ersten Herzschlag Bei der ersten Möglichkeit Würde er sie loswerden Wenn er könnte Und wahrscheinlich Ist ihr das irgendwie Dann so in den Kopf gestiegen Dass er sich gedacht hat Ich halte ihn jetzt auf Bevor er mich alleine lassen kann Nehme ich ihn mir Und hat ihn dann halt Quasi mit den ganzen Messern In seinem Stuhl abgestochen Als er da drin quasi Irgendwie gechillt hat Radio gehört hat Was weiß ich Vielleicht ist er sogar eingeschlafen Das Messer Wow Ah ne Er hat schon noch Beine Das ist der Ne Das ist das Handtuch hier Das ist absolut krass Und jetzt einfach hier runter Oder wie Okay Und jetzt wieder zurück Weil jetzt können wir ja oben Das Messer in ihn reinstecken Tut vorsichtig Ich schaue auf jeden Fall Nicht nach links Ist okay Hätte jetzt die Omi stehen können Gut Oh Gott Die Kamera war gerade so schwammig Ih 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 Oh mein Gott Ich dachte gerade Wie speichert Immerhin Wir gehen jetzt nach oben Wir gehen jetzt nach oben Auf geht's Oh shit Das habe ich nicht mehr Kacke Das hatte ich eventuell vergessen Okay vielleicht gehen wir hier nicht nach oben Wie sind wir nochmal nach oben gekommen Über die Garage Oh Mann Bin ich jetzt komplett dumm Ach ja hier hinten Nee Hä Oh mein Gott Ich komme nicht mehr auf das Haus Klar Weil sich das die ganze Zeit ändert Oh mein Gott Ah Ah Ich kann nicht laufen Oh mein Gott Sie ist vor uns Ich gehe einfach in die Spiegelwelt Da kann sie uns nicht folgen Oder Ich gehe wieder zu Omi Ich glaube da kommt die nicht hinterher Alter Wie kommen wir nochmal zur Garage Ich weiß es nicht mehr Die ganze Zeit ändert sich das hier Halt war hier nicht War hier nicht die Tür Die nicht aufging Ist das hier vielleicht das Teehaus Äh hier Tee Schlüssel Nein Wie komme ich nochmal in die Garage So kurz mal Kerzenlicht chillen Und weiter geht's Hier hinten oder Kann das sein Nee hier war doch zu Hä Oh nein Jetzt fängt es bei mir auch schon an Oh nein Nein Ich weiß nicht wie ich entkommen kann Bitte nicht Tu es nicht Hier hoch Aber da war doch auch zu Da war die Tür auch blockiert Scheiße Scheiße Wenn die jetzt Oh ja 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 Oh Ja okay Hier liegt's Hier Nee Aber kommen wir jetzt Gar nicht mehr nach oben Wie sind wir denn vorher Nach oben gegangen Über die Garage Aber wie sind wir in die Garage Gekommen Was Also da will ich nicht raus Das heben wir uns auf Jetzt ist hier unten plötzlich so hell Und jetzt ist es wieder dunkel Wie Hier Hier war das oder Da sind wir dann oben rausgekommen Wenn wir da reingehen Das war der Weg nach oben Oder Ich drehe komplett durch gerade Ich komme auf nichts mehr klar Spring Jetzt müssen wir wieder oben stehen Nee wir sind wieder bei ihr Und sie sagt so wildes Kind Wir sind wieder bei ihr Atemgeräusche Ich arbeite dran Alter Haben wir noch irgendwo In einen Spiegel In dem wir nicht waren Wir haben ja hier Das ist ja auch so eine Sache Wir waren hier drin Und haben hier dieses Rätsel gelöst Da wurde irgendwas aufgemacht Aber ich habe keine Ahnung was Was wurde da geöffnet So jetzt hier nach oben Nice Erstmal in unseren Safe Room Wir sind jetzt hier auch Wieder so dunkel Okay wir chillen jetzt hier Ah lass die Tür öffnen Lass die Tür öffnen Würde ich mir wollen Einfach kurz chillen Irgendwie auch ein Licht Für den Notfall Hier ist noch unser ganzes Zeug Alles in Ordnung Wir speichern Breaksafe Okay Hier haben wir noch einen Spiegel Hier am Gang hatten wir noch einen Spiegel Da wurden wir ja mal gejagt Stimmt da waren wir schon drin Dann gehen wir jetzt mal hier im Bad In den Spiegel Mach ich hier mal kurz zu In der Badewanne ist nichts Da muss ich mal ganz kurz Mein Feuerzeug am besten Oder ich wechsle die Glühbirne Was mach ich denn weg Ein Feuerzeug So Mit einem Spiegel hier Das ist so ekelhaft Okay Nehme ich mir wieder ins mit Ja Es ist stuck Jetzt haben wir es Da würde ich jetzt erstmal hier reingucken Jetzt liegt eine Scherbe im Waschbecken Genau Schlau In der Badewanne In der Badewanne Ich dreh komplett durch Ich glaub man kann mich einweisen Wenn ich hier fertig bin Jetzt ist es vorbei Vermeite es zu lange im Dunkeln zu sein Hä was soll ich denn machen Mach dir denn hier so einen dunklen Gang hin Ich hab's noch nie gespielt Aber diesen Gang Kenne ich Aus einem Bild Von PT glaube ich heißt das Game Oder Sofort wenn man den sieht Oder Das war doch das Hier ist so ein Baby Telefon Babyfon Das Licht geht nicht Fassette Dolores Was? Die Realization Symptoms Okay Lagern Babymonitor Wir können kein Licht nutzen Was jetzt? Die Uhren haben keine Zeiger Hier oben Wie war das in einem Video? Ja ein bisschen Spaß muss sein Okay Wo gehen wir hin? Hier ist kein Bild Da gehen wir hin Was? Okay warte Jetzt geh ich frontal mal rein Auf gut Glück Oh nein Oh nein Ich weiß genau was das ist Das gibt einen richtigen Weg Und wenn wir die falschen Wege nehmen Also quasi wenn wir jetzt links abbiegen Dann kommen wir wieder zum Anfang Oder? Es ist nicht random Ja Oh nein Die Dinge haben wir noch Geradeaus wird wahrscheinlich auch falsch sein Ja Wir sind wieder hier Das heißt es gibt nur den richtigen Weg nach rechts Oh die riechen ja heute gut Auf geht's Hä? Aber Aber wir sind doch gerade nach rechts gegangen Darf man nur rückwärts gehen? Ist es das? Dass wenn ich vorwärts gehe? Ich glaube ich bin beim rückwärts gehen gar nicht irgendwo angekommen Sondern ich bin einfach nur hier wieder gespawnt oder? Hier kommen wir ja her glaube ich Ich komme nicht mehr klar Hä? Es gibt ja auch keine Hinweise irgendwie wie ich gehen muss Ich gehe jetzt einfach geradeaus Links Rechts Rechts Ich hab ne Idee, es ist hier nämlich auch dunkel. Jetzt haben wir uns natürlich Komplettops genommen, ne? Drei Bilder, das linke. Da wo die Bilder sind, das linke. Da müssen wir wieder hin, wenn der Ausgang gesucht wird. Ne. Oh, jetzt ist natürlich Komplett lost. Wie finde ich denn jetzt den Lichtschalter? Okay, hier darf ich noch. Gut. Ähm. Ja, ich glaube wir kommen hier gerade einfach noch nicht weiter, kann es sein. Dass wir hier vielleicht noch später mal wieder zurückkommen müssen. Was hat es mit dem Babyphone auf sich? Also klar, anscheinend ja ihr Kind und so ist ja weg und hast du nicht gesehen? Jetzt probiere ich noch einmal links. Ne. Okay. Ja gut, dann gehen wir zurück. Wir werden wiederkehren. Ich mein, wir haben ne Kassette bekommen. Immerhin. Wir haben das Messer, stimmt. Wir können zu dem Typen gehen. Den können wir kurz besuchen. Ich speichere hier mal ganz kurz. Ah. So, hier. Dann können wir das fehlende Messer einsetzen, glaube ich mal, oder? Hallihallo. Ähm. Achso stimmt, der hat ja irgendwas in der Hand gehabt. Könnte ich mal ein Messerschein zu fehlen? Das haben wir ja dabei hier. Äh, Küchenmesser. Untersuchen wir nochmal. Alter. Also eins von denen hätte ihn wahrscheinlich schon umgebracht, aber... Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben Stück am Ende. Da hat es jemand ernst gemacht. Das war halt Verbrechen aus Leidenschaft. Nennt man sowas, glaube ich, oder? Dann wollen wir mal. Ich hoffe es klappt. Also... Verstehst du schon, ne? Entschuldigung, ne? Aber... Musst du es mal ganz kurz angucken. Hm? Oh... Oh... Er hat jetzt die Hand aufgemacht. Ein Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Klein... Kleiner Schlüssel. I love you. Ich liebe dich. Vielleicht seine Worte an Dolores, als sie es getan hat. Was ist das hier für ein Raum? Ich weiß, wir haben die gerade schon durchsucht. Ich mache es trotzdem nochmal. Es war aber auch schon unangenehm, ihm jetzt das Messer da nochmal reinzustecken. Jetzt ist die Frage, wofür ist der Schlüssel? Ist der für diese Tür hier unten, die wir ja gefunden haben? Ähm... Ja. Er war dafür. Ehm... Hinter der Tür ist nichts, nein. Mobile Wolke. Gefunden. mobile, nicht mobile Wolke, ein mobile das ist das Ding vom Elternschlafzimmer, über dem Kinderbett das was sich da dreht da fehlen ja die Figuren das ist die Wolke mobile Wolke stark, und hier haben wir nochmal eine Kassette Audiokassette Behaviour Development Development 1 Dolores Errungenschaft freigeschaltet George Andenken, Meisterprüfung dann werden wir eine Tiefkühlsruhe mit Hand abdrücken hier ist gesperrt dann scheint das Spiel ja von uns zu wollen, dass wir hier es sind ja so viele Blutkonserven sollen wir da jetzt unsere mit dazulegen kannst du hier nicht verwenden, ich könnte mir die mal angucken ne wir ziehen oh, wenn man es halt nicht so kacke lesen könnte ne 1,5% ne, keine Chance zumindest nicht auf dem Hintergrund wenn wir uns mal hier an irgendwas helles stellen ne, das hat ja geholfen so, vielleicht Zoom Attention äh, ne Arterial and Human Foodstuffs was auf jeden Fall 1000 Milliliter ne Injektion aber die gehört doch dann safe hier rein, oder guck mal, da sind ja ganz viele das wird doch voll Sinn ergeben dass man die hier reinlegen muss oder dass wir hier noch eine rausnehmen kann hier nicht verwendet werden ich hab's versucht, ne dann gehen wir wieder oder soll ich die hier hinlegen hm aber auf ich hab's nicht so gemeint ich hab nur aufgeräumt komm her bleib weg bleib weg geh weg ah hat sie ihn hier drin gelagert? kann das sein? oh mein Gott okay, das war gerade richtig gruselig jetzt hier nicht ganz kurz schön, okay ich will ganz kurz hier nachforschen kann es sein dass sie ihn nachdem sie ihn getötet hat in der Tiefkirchruhe gelagert hat deswegen ist hier auch dieses Blutkonserve das wird auch nicht erklären warum die hier sind aber ein bisschen halt was machen wir mit der Blutkonserve die wir noch haben warum geht die Tür hier nicht auf? warum ist er gerade auf uns zugegangen mit sieben Messern in der Brust? Feuerzeug ist leer dann weg damit das würde ich jetzt mal als unangenehm bezeichnen dass der Stuhl leer ist vor allem das brennt halt noch schön weiter hier ich krieg so genug nee ich nee hier war zu wir gehen jetzt ins Zimmer von der Oma hier mach die Tür zu mach die Tür zu mach die Tür zu ich glaub die kommt nicht rein ich glaub das hat funktioniert mit der Tür oh mein Gott ich wollt mir doch nur die Kassetten anhören euch haben wir denn noch nicht gehört untersuchen ich weiß es nicht ich würd jetzt einfach mal stückweise durchspielen ich glaub die kennen wir schon das kennen wir schon hören uns trotzdem nochmal an er mag sie das hört man an den Beinen okay und dann wieder hier Dolores 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 dem Baby geht's gut Ich bin froh, dass Dolores durch den Tag wird. Ihr temperament ist extrem biblisch. Sie wird leicht verletzt über kleine Dinge, fast immer sofort durch die Selbst-Resentment und die Beobachtung. Es wird schwer, zu kämpfen mit ihren Outbursts, aber meine Liebe für sie ist fort, und ich will sie nicht mehr, um sie zu helfen, um sie zu übernehmen. Oh, oh nein. Ich werde zu früh für den Tee sein. Woher habe ich diesen verdammten Atikok? Welche haben wir jetzt noch nicht gehabt? Kacke, war das die? Ich habe jetzt Angst vor dem Baby. Sie ist beschäftigt mit ihm. Sie sagt, sie kann immer ihn kreieren über dem Babymonitor. Even wenn es auf ist. Sie haben Probleme, sie zu verändern ihn von den Dollen in der Haus. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the Baby. Ich bin horrified at the idea that she might do the same to the Baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house. And now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Übel. Dreh dich jetzt nicht um, meistens kommt da ein Jumpscare. Alles gut, nur mein Hammer. Gut was,kehr. Und meine Hunder. Und dann. Und dann. Und dann. Vielen Dank.